Chat, schau mal vorne weg, ne? Es könnte jetzt sein, dass die nächsten paar Minuten wirklich katastrophal werden. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt haben die diese scheiß Reaction-Szene gegen eine Reaction-Szene ausgetauscht, wo ich auf mich reakte, während ich auf mich reakte, während ich auf mich reakte. Und jetzt reakte ich schon wieder auf die Scheiße. Warum bist du jetzt so? Digga, ich kann das alles nicht mehr. Ich hab panische Angst vor Elektronik, Chat. Deswegen bin ich Streamerin gefangen. Willkommen zu einem neuen, wundervollen Reaction-Bumsi auf meinem Kanal. So auf Twitch Deutschland, 355. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich den Titel lese. Aber das ist okay. Ich hab Chat mitgebracht. Chat wird mich heute mental unterstützen bei dieser wunderbaren Folge. Und ich hoffe, das wird... Das wird super. Das wird einfach toll. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab nur das Thumbnail gesehen. Und auf dem Thumbnail bin ich einfach, glaub ich, zweimal oder so. Und im Titel steht mein Name auch zweimal. Und ich denk mir so... I don't know. Ich würde einfach sagen... Let's go. Was geht, liebe Leute? Und herzlich willkommen zu einer neuen Clip-Kompilation von... Twitch Deutschland. Die besten Clips-Fan des Sohers. Wackeln nicht so... Ey, ich bin so traurig. Jedes Mal, ich möchte einfach weiter singen. Und es geht nicht. Bitte lauter. Das ist mal wieder komplett. Yay. Okay, wie geht das? Schlauch reinstecken und... Das andere Ding auch reinstecken und blasen. Äh, saugen. Äh. Ich hätte den Schlauch reinstecken. Ihr wisst Bescheid. Hallo Peacock, by the way. Schön, dass du da bist. Aber ich wollte mich einmal fett bedanken für den Support bis jetzt. Absolut insane. Wirklich, ich weiß es mega zu schätzen. Ich wusste nur, am Anfang vor allem war ich übel überfordert. Oh, machst du nix, ne? Internet sagt nein. Internet hat einfach gar keinen Bock, alter. An Peinlichkeit nichts zu überbieten. So, es gibt einmal einen neuen Code. Kleiner Test nur gewesen, ob ihr wach seid. Neuer Code. An alle im Discord, der Code ist folgender. Der Code. Der Code lautet... Es ist so laut bei mir. Es ist so laut bei mir. Und die Clips sind eventuell auch nicht alle gleich laut. Kann sein, kann passieren. Hallo Alex, einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Ich glaube, das ist actually laut genug. Übrigens, ich hab auch Codes. Die findet ihr alle auf meinem Twitch-Kanal. Für ganz viele verschiedene Werbepartner. Unter anderem Holy und Rocket und EMP. Geil, oder? Mein Gott, das war die schlechteste Werbung auf diesem Planeten. Aber wenn er halt keinen Code sagt, wenn er halt anteasert und nicht liefert, dann muss ich das halt tun. Ganz schwieriges Thema. Und? Schmeckt der Ogurt? Mein Problem ist, dass es nicht... Am Anfang wollte ich sagen, Ogurt ist nicht nur der Destroyer of Worlds. Ogurt ist vor allen Dingen der Destroyer of Joghurt. Aber der wird... Das ist ja weird. Umso länger man das im Mund hat, umso besser wird das. Echt? Hä, was ist denn ein Ogurt? Chat, was ist ein Ogurt? Irgendjemand hat diesen Stream gesehen. Irgendjemand hat's gesehen. Chat, was zum Fick ist ein Ogurt? Was zur Hölle? Hm, Code, hab ich euch erfrieden. Mein Code. Okay. Warum bist du jetzt so? Digga, wie sollten wir jemals einen Family-Friendly-Status kriegen? Nie. Eine gewisse Grenze überschreiten. Gar nicht. Der nächste, bitte! Gute KI, Chat. Sehr gute KI. Richtig gut. Das ist richtig gut gemacht worden. Ich habe auch überlegt, ob ich das spiele, Chat. Aber ich weiß nicht, ob es interessant wäre für euch. Ich bin auch am überlegen. Veganer Joghurt, okay. Hallo übrigens, vielleicht tut ein wunderschönen guten Tag für dich, wie geht's dir? Oh nein, er guckt so traurig. Guckt euch dieses Gesicht an. Das ist ein Gesicht voller Enttäuschung. Ja. Jetzt geht es richtig ab. Oh yeah. Nüsse sind gesund. Ich steck sie in den Mund. Die Haselnuss, die Pekanuss, die Macadamia. Ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen, Alter. Ich habe so viele Fragen. Und was würde Jeremy Fragrance dazu sagen? Also, ist nur so eine Insta-Trauma. Nein, so schlimm ist es nicht. Nein. Alles mit. Ah. Cherry ist ja in der Supermarkt. Die machen. Was? Oh. Oh, ich hasse das, wenn jemand rülpst, ne? Also, von Leuten, die man kennt, so, ja. Ich habe beim Shooting auch gerülpst, ne? Aber. What the fuck? Aber der Blick ist auch gut. Aber ich hasse das. Oh, I. Komm. Das ist doch einfach nicht ihr Ernst. Ah. Alter, was? Fuck, ich kann das. Ich weiß nicht, warum man auf solche Ideen kommt, ne? Aber ich würde niemals einfach Kabel random miteinander bedingsen, weil ich einfach Angst hätte, es brennt alles danach. Japanische Angst vor Elektronik, Chad. Deswegen bin ich Streamerin geworden. Kaum dagewesene Brutalität. Was ist das hier? Jaix. Richtig gut geworden. Jaiet. Das war keine gute Idee. Nee, das war richtig, das war richtig GG, ey. Das war richtig lost. Ich schwöre euch, wenn euer Kind, ne Sims, stellt das richtig schwierig dar, ne? Wenn euer Kind schon eine grüne, schon eine grüne, einen grünen Rauchfaden hinter euch herzieht, ne? Dann ist es einfach, also, dann ist es wirklich schwierig. Dann würde ich es liebevoll nicht mehr als Kind bezeichnen, sondern mehr so als kleine Bio-Waffe. Hallo DJ, also Wolf, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wie geht's dir? Man muss auch schon schmunzeln, wenn jemand rülpst. Ja, nee, ich finde das bar, tatsächlich. Ich glaube, da ist die Windel voll. Meinst du? Ich glaube, es liegt nicht an der Windel, es liegt am Kind. Ich mag keine Kinder, es tut mir so leid. Also, keine Ahnung. Ja, doch, Kinder sind nett, aber ich will keine. Kleine Geschwister, ich möchte keine Kinder mehr. Ja. Äh? Hol den Exorzisten. Also, mir sind auch noch keine Bugs aufgefallen bis jetzt, Leute. Überhaupt keine. Also, er war Exorzist, Leute. dass die Heiligen mitbekommen würden. Was ist das für eine Katze? Das ist eine coole Katze. Ich liebe meine Katze. Ähm, die barriert mich am Boden. Ja, voll abgehoben. Einfach Influencer Zukunft. was ist da los? Stop it, please. Sind Tempos da? Ey, wir haben hier eine Packung Paschentücher, zweite Packung Taschen, Taschentücher und Dicks. Äh! Und Dicks. Und Dicks haben wir, okay. Dieses Dicks wird aber nicht alt, ne? Kann das sein? Das wird nicht alt, einfach. Wow. Ey, das ist übrigens meine Katze. Du willst sie einfach im Stream zeigen und eigentlich hast du die ganze Zeit nur einen Schwanz im Gesicht. Es ist Pain, I guess, so. Ja, machen wir weiter. Doch auch die, ist das die semi-automatische? Ah! Oh! Hoppla. Hä? Das war Henry? Es war Henry! Ich glaube, Henry mochte ihn. ich glaube, Henry mochte ihn. Oh, Digga, das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, look at this beautiful face, Chad. Also, oh nee. Ey, ich habe so Angst, was jetzt kommt, ne? Ich habe so Angst, Alter. Ich weiß nicht, wer das ist, keine Ahnung. Ich kenne die Alte gar nicht. Ich gehe, es ist einfach schwieriges Standbild, ey. Ah! Ja, es ist gerade echt so eine Überlegung, was ich jetzt tue. Ob ich einfach gehe und euch das angucken lasse oder, ja, ich weiß auch nicht so genau. Du hast gebaitet, glaube ich. Ich habe, ich baite niemals, Chad. Halt, stopp. Dass der Stoff aus dem Albtraum besteht. Ja! Hier zu lange, junge Dame, was? Du hast hier zu bleiben, junge Dame. Oh nein. Okay, ich, Chad, schau mal vorne weg, ne? Es könnte jetzt sein, dass die nächsten paar Minuten wirklich katastrophal werden. Ähm. Ihr so, ihr bleibt, ich schwöre euch, ihr bleibt alle dran. Ihr bleibt alle dran. Ich sehe das genau. Ich sehe genau, wenn wer abschaltet, ey. Und ich verurteile euch aufs Schärfste dafür. Chad muss aufpassen. Das kommt demnächst in der Prüfung vor, Chad. Reine die Luzi! Ich habe mal mehr und mehr. Ich habe mal eine Frage. Ich habe diese Szene ja mittlerweile das öfteren gesehen. Gab es wirklich keine bessere Szene? Digga, warum bin ich eigentlich hier? Was ist hier schon wieder los? Ja! Warum? Bruder, warum? Why? Warum bin ich hier? Was? Oh Mann! Vor allem Jasmin, lern dich doch mal bitte zu artikulieren. Was ist da los? Oh nee! Ja, offensichtlich nicht! Chad, ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles einfach nicht mehr. Wie kann es denn sein, dass ich jetzt hier dreimal sitze? Halt, stopp Jasmin! Viermal! Wir sitzen hier gerade viermal, okay? Halt, stopp! Stop it! Und lern zählen! Oh nein! Oh nein! Möchten wir euch auf folgende Sachen... Wir aus dem suchen jederzeit nach neuen Clips am Lärm, die gute Clips einschicken können. Gefragt sind meistens Clips von kleinen Streamern. Darüber hinaus suchen wir weiterhin... Wollt ihr mich verarschen? Jetzt haben die diese scheiß Reaction-Szene gegen eine Reaction-Szene ausgetauscht, wo ich... Wo ich auf mich reakte, während ich auf mich reakte, während ich auf mich reakte, und jetzt reakte ich schon wieder auf die Scheiße? Digga, ich kann das alles nicht mehr. Ey... Ich möchte einfach... Also... Ey... Warum? Was ist hier los? Warum? Warum? Meine Mental Health ist nicht so gut... Gerade jetzt in diesem Moment... Wer kann denn damit leben? Aber ich werde immer hübscher, Chad, ne? Kann es sein? Also ich werde schon hübscher. Weiter geht's. Vor allen Dingen können wir bitte kurz darüber reden, wie leer ich da einfach in die Kamera grinse, ey. Oh mein Gott, bitte bringt das Hirn zurück. Wenn ihr Interesse habt, in eines der beiden Bereiche tatkräftig mitzuwirken, dann besucht bitte am besten unseren Discord, wo ihr dort alle weiteren Informationen erhält. Den Link dorthin findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt... Digga. Alter, was? Alter, was? Alter, was? Das war ein Scherz. Das ist einfach ein Scherz, darf ich da hinwählen. Oh, ich kann das alles nicht mehr. Shit, ich glaube, ich muss mal kurz von meinem Leben nachdenken. Ey, die Braune hat diese wirklich einfach dringende Kette, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich bin sprachlos. Okay, danke. Digga, warum bin ich jetzt schon... Ich dachte, jetzt kommen Clips. Oh, Mann. Warum ist das jetzt so? Das freut mich die ganze Zeit. Jasmin, sprich weiter. Du sprichst mir aus der Seele. Weil je mehr Zässchens im Clip auftauchen, desto geiler ist es für deine Zuschauer und jegliche Reaktion... Alter, ich kann nie mehr. Also, Leute, eins in den Schäften, mehr Zässchens in einem Clip. Das ist geil. Ihr seid so geil. Oh, ihr meintet gleich ein bisschen. Ich weiß nur noch nicht, ob aus Freude und Lachen oder aus Erzeichnung. Ich darf nicht weinen, ich habe neue Wimpern drauf. Halt, stopp. Ich darf nicht weinen. Let's go, wir machen weiter. Danke schön, DJ. Gar der, du bist immer so Slip and Slide, weißt du? Bitte, was ist sie? knallst mit dein Ding ins Gesicht und gehst wieder. Knallst mit dein Ding ins Gesicht? Okay. Ich versuche ja. Okay. Ah, das geht schon zu. Vater, großer, unser Himmel. Vater, großer, unser Himmel. Und, ähm, bring ihn weg. Mach irgendwas. Bitte. Ah. Der sah aber voll freundlich aus. Kleiner Feder mit großer Wirkung. Oh, oh. Ja, bis jetzt hätte ich beinahe die Mauki gemacht. Die Mauki oder die, die, äh, Sonja. Sonja. Warum passiert das? Oh nein, ich würde so gerne abspielen, weil dann haben wir ein DMCA-Problem auf YouTube. Ja, also ich würde Ihnen das jetzt gerne erklären, ne? Aber das ist, äh, sehr komplex. Sie haben einfach die falsche Tasse gedrückt. Aber das, also das ist die Kurzform, ne? Also, Herr Strese. Unglaublich, aber wahr. Was du hier denn? Du musst deinen Schmutz erstmal aufwischen. Was? Was? Das muss ich ja mal gucken. Ich möchte auch keine Antworten. Das ist geil. Lucky Luke, wenn halt ich, ist so, ey. Aber das bin, also ich will jetzt ja nicht, ich will jetzt nicht fragen, ne? Also ja, doch, ich hocke mich hin, weil ich actually nicht im Stehen pinkeln kann. Aber so gehe ich draußen oder so unterwegs Pippi machen. Oder auch allgemein Pippi machen. Weil immer alle Leute mich fragen, ne? Ich setze mich hin, dann geht das Schleusentor auf, einfach gefühlte 5000 Liter gehen raus und dann geht das sofort wieder zu. Wirklich. Ich brauche jedes Mal gefühlt nur 10 Sekunden auf Toilette. Ich weiß nicht, warum andere Leute so lange brauchen. Es läuft einfach bei mir. Sehr schnell und sehr viel. Gern geschehen, Chat. Ich hab halt angegeben, Chat, dass ich im Stehen pinkeln kann. Aber, aber so? Japan und die außergewöhnlichsten Features. Ich will mich nicht aufs Klo setzen. Warte, ich mach mal so meine Beine nur drauf. Geht's dir gerade ernster? Äh, ich hab einfach keine Fragen mehr. Bitte? Okay, Popo. Oh. Jetzt. Oh Gott. Das war so eine dumme Idee. Oh, iiih. Oh. Ihr müsst einfach 5000 Mal duschen danach. Oh. Das war mehr als nur bodenlos. Oh, die kenn ich, die Stelle. Die ist schön scheiße. Und das hab ich auch beim ersten Mal gemacht. Das war wunderschön. Das war toll. Großartig. Das war... Echt jetzt. Ja. Gar nicht zu erwarten. Ich hab selbst mit 16 oder so angefangen. Und ich hab mir meine auch irgendwie beschaffen. Man kriegt's ja dann doch irgendwie hin. Boah, Alter, das klingt... Was hat sie sich beschaffen? Aber ich finde, es sollte trotzdem nicht freigegeben werden. Auch wenn die irgendeine... Ah, mein Gott, Ma, was soll das? Hallo, was soll das? Oh, nein. Pfi. Nein. Wow, okay. Ich bin grad... Ja. Ich weiß es nicht, Nasog. Es hat sich gerade angehört wie ein Mensch. Ich weiß auch nicht so genau. So, und Vita, einen wunderschönen guten Tag. Und danke schön für den lieben Text. Ich hoffe, dir geht's gut, meine Liebe. 26. Sie hat nicht einmal Löwe. Oh, Pferd. Ich hab mich angehört wie ein Motor im Winter. Ziffer, dann, der lustige, Dich. Ich cringe grad innerlich so hart, weil, ähm, ich actually als Kind sehr viel so... Ich hab mal erzählt, so, ich mochte Pony sehr gerne. Dann haben wir natürlich Pferd und so gespielt, so. Als wir jung waren, hab ich auch immer ge-weird... Ge-weird? Ge-weird hab ich. Alter, das ist ja so unangenehm. Das ist ja eigentlich... Oh, ist das... Oh, schwierig. Ja. Mir geht's gut, so weit. Ja? Ja? Warte? Ja? Warte? Ich warte? Okay. Warum? Das sollte nicht passieren. Das ist sehr wier. Das war eigentlich nicht. Auslisten mal anders. Geh, warte. Du musst ja nur irgendwie... Ich hab hier keinen Platz mehr. Wie, oh... Ich wusste es, ich wusste es. Warte, 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 mein Kapitel. Wie kommt das dafür sich so nicht mehr raus? Ich weiß nicht, was manche Leute machen, ne? Aber ich bin, glaube ich, nicht mehr im Sturm gekippt, seitdem ich... Ich glaube, das erste Mal, dass mir das passiert ist, aber ich... Fünf. Deiner... Oh, was, Sarah? Funktioniert nicht. Warum? Traumatisiertes Thema in einem Clip. Oh, nein. Also nur die Sklaven der Männer. Nein, das stimmt. Das hat sie gar nicht gesagt. Sie hat nur gesagt, dass wir Gefäße für Sperma sind. Und dass wir die Liebe akzeptieren müssen, weil sonst sind wir entweder... Wenn wir das Sperma im Gesicht und im Mund nicht akzeptieren wollen, dann sind wir entweder psychisch gestört oder traumatisiert. Digga. Boah. Oh, boy, ey. Oh, schwierig. Oh, aua. Das tut gerade echt weh. Also, ja, wahrscheinlich hat sie das nur zusammengefasst, was davor kam, aber... Aua. Also... Ey, wisst ihr, Chat, wir lassen das einfach darauf beruhen, ne? Wir denken jetzt an kleine, süße Hundewelpen und gucken einfach weiter. Technik, die anders begeistert. Neun Uhr. Ach, das war die Flöte. Chat, das war die fucking Flöte. Oh, Gott, Alter. Äh, Alter, was? Ja, ich geh mal an den sich drehenden Telefonautomaten. Alter, das ist so geil. Gut. Oh, dieser Schildkunstex, dieser Ton, ich kann das einfach nicht mehr. Ähm. Warum die Tiere abgehauen sind. Das ist nicht Kuh umschubsen, was ihr hier macht. Das ist nicht Kuh umschubsen. Das ist schwierig. Opa, lass doch bitte die arme Kuh in Ruhe. Was ist denn mit dir, Opa? Wo bin ich hier gelandet? Das ist wohl hier auch gerade. Das ist gar nicht mehr. Wecky mit der guten Hilda. Wir fangen mit Unrailed an, machen ein bisschen Unrailed. Und im Anschluss darauf spielen wir noch andere Spiele. Also joa, ich hole mal die Leute dazu. Herzlich willkommen zu einem Chaos-Stream, wo nichts funktioniert. Ich möchte jetzt einfach weinen. Das ist gar nicht perfekt gewesen. Sie hat das so schön angekündigt. Wirklich so schön. Sie hat es so toll erklärt. Alter, übrigens Unrailed, richtig witziges Game. Kann ich nur empfehlen. Ist sehr, sehr witzig. Ich komme rein. Ich entmute mich. Und das Erste, was man von dir hört, ist herzlich willkommen in einem Chaos-Stream, wo nichts funktioniert. Das ist die perfekte Einleitung in diesem Stream. Ich hab die besten Clips für mich zu mir. Fuck nicht so weit. Drücke lieber Abonnieren. Das wollte ich vorhin fertig singen. So sieht die Welt nämlich aus. Das war toll. So, Chad. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt. Jetzt muss ich kurz den Link kopieren. Ne? Jetzt muss ich nochmal kurz den Link kopieren. Ihr dürft ja gerne auf die Seite gehen und mal einen Daumen nach oben drauf drücken. Ich fand's lustig. Ich fand's sehr, sehr lustig. Ich hab schon abonniert. Ich hab schon ein Däumchen nach oben gegeben. Sollte dem YouTube-User, der gerade dieses zauberhafte Video fertig geguckt hat, das gefallen haben, gebt mir doch gerne auch ein Däumchen nach oben und ein Abonnement. Das wäre wirklich super, super, super sexy. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch jetzt gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.